Mein Name ist Dorian Keilhack, ich bin der Chefdirigent der Vogtland Philharmonie und werde heute Abend die Leitung des Orchesters innehaben. Was erwartet Sie heute Abend? Eine Riesenshow. Katrin Weber ist eine wunderbare Entertainerin, die sowohl Jazz als auch Schlager singt und wir grooven dazu mit unserer Vogtland Philharmonie. In 20 Jahren bin ich 90, dann ist die 40. Was verbindet nun dieses Projekt mit blauen 900? Auf der einen Seite ist es so, dass die Vogtland Philharmonie immer wieder Gast hier in Plauen ist über die letzten Jahre. Wir spielen ja im gesamten Vogtlandkreis und dazu gehört ja auch Plauen. Zum Zweiten ist es auch so, dass Katrin Weber eine gebürtige Plauenere ist und sozusagen hier geboren ist. Sehen Sie aus Plauen? Nein, das sehen wir. Nicht, das können Sie jetzt auslegen, wie Sie wollen. Na, ha ha, Plauen, Plauen, weil Plauen in 900 Jahren. Ich war hier ja noch zu 750 Jahren feiern. Hier auf der Bühne, hier auf der Bühne, ne? Da kann man sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, kaum 150 Jahre vergangen, schwupp, steh ich schon wieder da. Na, 900 Jahre, Herr Kai, ha, Plauen. Sehr alte Stadt. Gucken Sie sich an. Es ist immer großartig, wenn ein Star von hier wieder auftritt. Und wir freuen uns sehr auf diesen heutigen Abend. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Wie swordle. Ich bin ein. Je bin ein. Ich bin ein. Es ist immer so wichtig, es kennenlernen. Vielen Dank.